Sind die Griebel schon raus? Nein, nein, nein. Ah, süß. Ja, alle Leute schauen. Ja, viele, viele. Aber wie Sie darauf informiert, weiß ich nicht. Viele haben eine Ahnung. Wir laufen immer vorbei und dann haben wir gesehen. Ja, aber ich sehe Leute, die nie hier laufen, auch sie gucken hier. Vielleicht einer sagt zu dem anderen, hey, ist bei uns ein Schwarm im Dings. Der Schwarm hat Eier gelegt. Und dann kommen die Leute. Keine Ahnung. Wie nennt man das auf Deutsch? Schwarm. Blüten. Der andere sammelt immer noch. Ja, sammelt, sammelt jetzt ganze Zeit. Die Tiere sind sehr... Er will noch ein zweites Nest machen, oder weiss ich. Ja, vielleicht. Die neue Freundin. Er holt von Weitem diese Dinge. Ja. Unten, ja. Der macht grosse Wochenendreinigung. Und, ja. Dann fliegt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.